Hey Leute und herzlich willkommen, es ist Wochenende und ich habe euch versprochen den nächsten Orange Charakter zu zeigen. Heute kümmern wir uns um Mihawk Falkenauge, auf Orange mit dem Partner Vita auf Level 9. Der ist zwar noch nicht Max Level, aber das denke ich macht jetzt auch nicht mehr wirklich viel aus. Beschäftigen wir uns mal mit den Stats, also die HP beläuft sich auf 776.000 HP. Das ist natürlich schon ziemlich ordentlich für den Orange Sharp. Er kommt natürlich noch ein bisschen dazu, wenn der Partner richtig geskillt ist und so weiter und so fort. ATK hat der Mihawk Falkenauge, ich kann es kaum glauben, 91.989 Punkte. Das ist richtig pervers. Das ist richtig krass, aber ich meine für so einen Orange Char, naja, läuft. Die Wut ist natürlich auf 95, das heißt er schlägt einmal zu und geht direkt in die Ulti rein. Speed ist knapp bei 24.759. Knapp, ist so. Und kommt damit quasi schon fast meinem blauen Fasan gleich. Und jetzt werde ich ihn euch im Kampf zeigen. Ich switch direkt drüber. So, und da sind wir auch schon im Kampf geschehen. So, da kommt schon die erste Ulti von Mihawk. Schon der erste Schlag, der hat schon übel Schaden verursacht. So, ah, jetzt habe ich Bett gemacht. Ist aber nicht schlimm. 200.000 Schaden, das ist schon echt hardcore. Ich hoffe, ich schaffe den gleich noch höher zu ziehen, die Ulti. Dass ich den einfach mal mit 2,5 reinhauen lasse. Deswegen warte ich hier auch ein bisschen mit den anderen Ultis. Diese Viecher sollen ja alle nicht so schnell sterben. Ihr seht schon, das geht hier ratzfatz mittlerweile. Vor allem, wenn man dann so einen Mihawk mit dabei hat. Und so, da schlägt er schon allein mit Solo, schlägt er schon 142.000 rein. Ne, das ist schon echt pervers. Und ich denke, da geht noch einiges mehr. Ich hoffe, dass ich gleich die Ulti richtig gezündet bekomme. Das wäre jetzt echt doof, wenn ich das nicht hinkriege. So, dann gucken wir uns mal. Oh, da macht er alleine. 253k. Ist auch schon nicht schlecht. Ich zünde hier mal Raylight und hoffe, dass ich gleich nochmal eine Ulti zeigen kann. Wäre jetzt relativ doof, wenn ich jetzt nur zwei Ultis zeigen könnte. Aber die Viecher fallen so verdammt schnell, ja. In der letzten Runde. Ich habe schon eine Runde gespielt, um einfach mal zu gucken. Vielleicht sind die nächsten stärker, sind es aber nicht. So, jetzt warten wir auf die letzte Runde. Und jetzt kommt die letzte Ulti von Falkenauge. Und. Boom, boom, boom. Ah, 1,5. Aber egal. Bam. 575.000er Crit. Leute. Und das nur mit 1,5. Ja. Ein Multiplikator von 1,5. Was macht er denn bei, bei mal 2,5? Das ist ja dann, das müsste ja echt übelst pervers sein. Aber vielleicht kriege ich das ja nochmal hin, dass er noch eine Ulti zünden kann. Das wäre natürlich super. Ich glaube sowieso ist es sogar noch eine Runde mehr. Ich hoffe es zumindest. So, zünden wir nochmal Ray. Ja, es hat ihn ja richtig getroffen. Und zwar, jetzt müssen wir nur hoffen, dass in der nächsten Runde nochmal ein Gegner kommt. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Nein, leider nicht. Schade. Sonst hätte ich nämlich nochmal die Ulti gezündet. Ja, das war Miock Falkenauge. Ihr habt gesehen, was der für Schaden fährt. Das ist ja schon echt penetrant. Hardcore. Ich meine, mit 500k mal eben gekrittet. Das ist Wahnsinn. Damit haut er jeden aus den Schuhen. Ich finde ihn einfach nur geil. Und ich werde ihn auf jeden Fall jetzt öfters mal als Partner mitnehmen. Hier bedanke ich mich auch auf jeden Fall nochmal für Svenan1981. Dass er mir den Chart zur Verfügung gestellt hat. Und auch die Werte. Ich danke dir sehr dafür. Und in der nächsten Orange Charme überlege ich mir, wenn ich als nächstes nehme. Da werden noch einige zur Auswahl stehen. Ich habe mich allerdings noch nicht entschieden. Aber ihr könnt euch bald wieder auf eine neue Folge davon freuen. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Wenn ihr nicht Spaß habt, sagt mir das euch auch. Also ich meine, ich vertrag Kritik. So ist es nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr mich nicht abonniert habt, abonniert mich Jungs. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.